ok grüßt euch bin zurück bei gottik 3 in der gold edition und befinde mich in der höhle da haben wir glaube ich zuletzt ein paar goblins wegkaut pass auf wir waren auf dem weg nach monterra wenn ich mich recht erinnert und wir suchen immer noch das verlorene schwert von paladin wenzel mit wenzel an der seite haben wir gehabt dumm befreit von den orks das war eine matz prügelerei aber erfolgreich geht's raus da vorn wir sind da hinten und wir müssen nach monterra schesse das ist noch stickel davon waren die rebellen diese jammerlappen mal schauen ob es bei denen hier noch was gibt ja da hinten haben die feigen goblins sind erledigt und die mistkerle haben die nicht das fell abgezogen teufel noch mal du hast es drauf man das ist mir 100 goldmünzen wert okay und dafür sind wir aufgestiegen geil das heißt wir brauchen bei gelegenheit wieder mal einen meister der uns was beibringt oder ein lehrer oder so das ist denn das unten wills aber auch einen bogen der schwein ich bin piercing in die nase auch gott im augen drinnen auch gott die arme sauer es gibt fleisch für uns ein hirsch sind wir da richtig dran moment einmal adlauge hat war so spät sonnengrad und ein toter abenteurer und natürlich eine truhe natürlich selbstverständlich eine kelle ich mache dann noch geschäft auf einen kellen laden schau dir das auch gott du gott und ich lasse wieder abseits vom weg und kämpfe mit wildschweinen weg du sau wegkumpel mein fleisch brauche ich weil ich der held bin zumindest ist das so gedacht nur eine und ich brauche bei gelegenheit mal wieder eine pfeile mal zugeben scheitelsang ein häschen tut mir leid ich habe dich befreit von deinem leiden ich bin nämlich ein hungriger abenteurer oh da ruckelt sie wegen der hirsche um Gottes willen jetzt hängt es oh gott was ist da los die hirsche die fressen so viele speicher der klang kann ich 16 gigabyte ram klang nicht für einen hirsch ich würde mal sagen ich gehe da weiter oder Richtung Monterra und werde immer mal wieder die viecher weg schnisseln bei auch irgendwelchen Erfahrungspunkte ich glaube den bock ich so normal jetzt gehen wir schon steckt das Moment tu das weg und es rüttelt wieder oh gott um Gottes willen warum denn sind die Bäume her die Bäume der Speicherfresser oder oh gott natürlich das sind die Scavenger drei Scavenger fressen den ganzen Speicher ja du Vieh oh blöde ist Vieh in den Arsch gepickt das habe ich nicht gern also gepickt nicht dass ich dann auf den Käfer steht so haben wir Kräuter natürlich Heilwurzel und wieder ein Tod Abenteurer Kopfnuss und Brot oh natürlich muss ich schnell was schliffen Eintopf achso da geht noch Monterra gut zu wissen dann sind wir immer noch auf dem richtigen Weg oh gott schön eine Hasenfamilie die waren Viecher da wird schon leid okay die ganze Hasenfamilie ausgerottet aber ich bin hungrig heftig der Hunger muss gestillt werden es ist so ruhig komischerweise nicht nimmer was ist denn davon ein Goblin einer kommt wieder gerufen mein Bogen werf okay kennt sich aus gehen wir in zwei okay wer zum Handwerker jeder oh gott diese blöde Sau scheiße hätte mich fast umgebracht jetzt habe ich mir etwas beibringen lassen im Schwertkampf aber ich habe es schon wieder vergessen die letzte Aufnahme ist schon wieder ein bisschen Druck und es hängt wieder scheiße warum hängt das was ist denn da los oh gott wer blutet pass auf kurze Grillfeier ich habe nämlich 30 Stück Fleisch wow her damit ich bin auf jeden Fall bestens versorgt mit Fleisch ich schaue da rein in die Höhle ein Joint natürlich ja pass auf was hat denn der eigentlich für eine Wirkung das scheint Ausdauer ich ziehe mir durch jawohl gut gespeichert ich schaue mal rein wahrscheinlich erwartet mich ein Schattenläufer oder so weiß gar nicht da vorne bewegt sich was ach so Fleischwanzen waren das die Schuldigen habt ihr das ganze Blut veranstaltet oh gott was ist das ein Schattenläufer schieft tatsächlich ich habe losgeraten und es ist wirklich scheiße Gott schau mal die unzähligen Viecher oh gott das ist eine ganze Höhle schön und sie sind wie viele sind das drei hast du geschwert jetzt hätte ich gesagt wenn ich es nur einer wäre hätte ich mich mit dem angelegt aber bei drei scheiße bei drei Schattenläufer mir ist bekannt dass die relativ hart sind was ist so Fünster schön drei Schattenläufer das ist eine gute Frage gell ich habe es auf Hobby denn irgendwelche Zauber Telekinese das bringt nichts Tiere rufen jetzt die Tiere in seiner Umgebung auf das anvisierte Ziel Tiere zämen das ist eine gute Frage gell soll ich das ausprobieren Tiere zämen oder das ich versuche mal das wie ich zum zämen pass auf aber wenn es geht um Gottes Willen stockfinster wenn es geht natürlich ein Schattläufer keine Fleischwanze es wird immer finster schön wow schön wie es so finster wird kennt es also oh oh war glaube ich eine dumme Idee was ist dann dann wird er wahrscheinlich nicht erfreut sei wir nicht bin eigentlich unbedingt erfreut Kumpel oh Gott er kommt er kommt scheiße flüchte schön ich kann mir nur 3 ok ich geh ich hab keine Lust mehr ich hoffte es wieder irgendwann so blöd ich hoffe ich ja oder nochmal das geht schon aber glaube ich im Naukampf ist es hart ich muss ihn so weit schwächen damit ich ihn dann mit 2-3 hüben niederstrecke Voraussetzung ist ein Treffer Eidexte was wie wir sehen flüchte er kommt flüchte er kommt und ich glaube von denen hat man immer das Horn abziehen können oder also rausreißen rausbrechen oder so allerdings muss man das erst lernen pass auf brauchen wir schnell Eintopf muttis Eintopf nach Haus nach Haus gemachter Art ja somit hätte ich noch 2 Schattenläufer und die Tatsong die mach ich noch und die muss man unbedingt beim nächsten Händler dringend Pfeile kaufen ich habe nämlich noch 85 Pfeile und dann ist Schluss ja gut ich schlopfe wieder weiß nicht kann ich mich an die anderen schleichen an einen bestimmt aber an zwei wenn ich den einen einhaue wird der zweite wach pass ihn mir auf tu mir das weg noch mal her und immer ein bisschen zunder seh ich mehr oh Gott lauf er kommt da brennende Schattenläufer rauskommt ich will eigentlich nur in die Kisten eigentlich oh Gott wenn er mich erwischt bin ich tot oh Gott oh Gott ein Bug erledigt pass auf hängen hängen in der Luft okay und somit hätte ich noch einen Schattenläufer ich will ich will ich will Vielen Dank.